Sascha Rochhoff war nicht ganz einfach für euch. Ihr habt jetzt rund um den Monat nicht mehr gespielt und habt doch heute einiges zugekommen. Wie schnell habt ihr euch wohlgefühlt heute wieder? Ja, ich habe mich relativ schnell vollgefühlt, weil der erste Schuss auf das Goal kam, da war ich sehr recht wieder im Spiel drin. Logisch, es ist nicht einfach. Ich habe nach einem Monat wieder eng spielen können, aber ja, ich bin zweiter Goal und damit muss ich leben. Von dem her bin ich immer einsatzbereit und dann ist es schlussendlich gut gekommen. Eben, schlussendlich ist es gut gekommen, aber euch als Team hat ab der 30. Minute irgendwann nachgelassen, was hat euch unbedingt gebraucht. Was ist dort so passiert ab der 30. Minute? Ja, ich sage eigentlich, wir haben ja nicht mehr in den System gespielt. Also wir haben ja nicht mehr, wie gesagt, die Systeme hat sich der Fehler ausgelöst. So muss man sagen, wir haben jetzt gut gespielt und dann plötzlich ist der Einbruch gekommen. Ich weiss auch nicht, was es war, aber es ist schwierig zu sagen, ja. Also zu viel Festtagsbrot in den letzten Tagen ist nicht geschuld? Nein, nein, das ist wohl nicht.